Manche Männer denken sich die schrägsten Ausreden aus, um einer Beziehung zu entkommen. Wenn er diese Sätze von sich gibt, solltest du schnellstmöglich das Weite suchen. 1. Wir sollten es auf uns zukommen lassen. Natürlich muss man nichts überstürzen, doch das ist eine beliebte Taktik, um die Dinge unnötig hinaus zu zögern. 2. Ich bin zu beschäftigt für eine Beziehung. Wenn man jemanden wirklich gerne mag, schafft man sich die nötige Zeit dafür. 3. Du bist viel zu gut für mich. Dieses Pseudokompliment ist meistens eine höfliche Form, um jemanden abzuweisen. 4. Ich bin nicht so der Typ, der weit in die Zukunft vorausplant. Was er damit eigentlich sagen möchte, er plant seine Zukunft jedenfalls nicht mit dir. Und 5. Meine Ex war verrückt. Dieser Satz ist ein absoluter Klassiker. Wenn ein Mann nichts Nettes über seine Ex-Freundinnen zu sagen hat, solltest du misstrauisch werden.